Wohlstandszauber Um einen Wohlstandszauber auszuführen, kann eine grüne Kerze verwendet werden, da die Farbe grün unter anderem Wachstum und Fülle symbolisiert. Des Weiteren werden folgende Zutaten benötigt. Zimt, Lorbeerblätter und Olivenöl. Der Zimt wird zusammen mit den Lorbeerblättern zu einem Pulver zermahlen. In die Kerze kann beispielsweise eine Feburone eingeritzt werden, da diese unter anderem für Wohlstand steht. Nun wird die Kerze mit Olivenöl gesalbt und mit dem vorbereiteten Gewürzpulver eingerieben. Nachdem die Kerze angezündet wurde, wird im Rahmen einer Meditation der Wunsch manifestiert. Nach Ende der Meditation wartet man, bis die Kerze abgebrannt ist. Und das war so. In die Kerze bescheiden